Es ist Zeit noch. Du kriegst dich kurz zurück, hast du einen besseren Abend. Viel Spaß in Berlin. Ich bin auf Brümspringen, du auch, oder? Nee, ich bin auf Bier. Okay, was geht ab? Läufst du mir hinterher, oder was? Ja. Ich hab doch nie so lang geschlafen, mein ganzes Leben. Ist ja Sachtur, Mann. Der Amisch hat seine erste Party! Ist das eine Sünde, wenn sich ein Amisch verliebt? Ich glaube, Alf könnte eher was von dir lernen als Andersraum. Du musst dein Leben genießen! Dich ausprobieren, Mann! Und warum kommen die anderen Männer dazu? Hat er auf dir Pornos gezeigt? Hat er sie geknattert? Ja, Mann! Oh Mann, ey! Selbst der Arm ist einer! Selbst der Arm ist einer! Lass dir nicht erzählen, dein anderer Weg ist besser, nur weil du deinen Weg noch nicht Pfunde erstarrst.